Sehr gut vom Geruch. Manche Männer riechen streng, ich seh' das alles nicht so eng, kann ja im Grunde auch keiner was dafür. Manche nehmen Geo oder Parfüm, ist doch beides nicht so schlimm, noch brauchst du beim Dosieren etwas gespür. Manche Männer haben das Glück, von denen war ich zu kaum zurück, gerade Frauen haben's da nicht immer leicht. Neulich traf ich einen Mann, von dem man's sicher sagen kann, sein Geruchskrill für die meisten Frauen schon leicht. Er war ein Bull, riechender Schwabe, wenn ich's doch sage, so richtig dufter Typ. Er war ein Bull, riechender Schwabe, keine Frage, dass man sich in den verliebt. Sechs Frauen an jeder Hand, eine an jedem Finger, an seinen Mittelfinger hängt zwei junge Dinger. Und vier Frauen an jedem Fuß, eine an jeder Zehe, da wär' noch Blatt für den Zeigefinger, wenn ich das richtig sehe. Drei Frauen an jedem Knie, eine an jeder Scheibe, glaub mal bitte nicht, dass ich hier übertreibe. Eine Frau hektiv gar, frügel seine Nase, da brauchst du dich nicht wundern, verspürst du solche Gase. Er war ein Bull, riechender Schwabe, wenn ich's doch sage, so richtig dufter Typ. Er war ein Bull, riechender Schwabe, keine Frage, dass man sich in den verliebt. Er war ein Bull, riechender Schwabe, keine Frage, dass man sich in den verliebt. Er war ein Bull, riechender Schwabe, wenn ich's doch sage, so richtig dufter Typ. Er war ein Bull, riechender Schwabe, keine Frage, dass man sich in den verliebt. Dankeschön! An der Posaune für euch aus Griechenland, Alexis Papadopoulos! So, und das nächste Lied kommt direkt...